Ein VW Polo ist hier zum Verkauf angeboten. Fünf Personen haben in dem schwarzen Fünftürer Platz. Der Kilometerstand des Wagens liegt bei weniger als 32.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2014. Der Kleinwagen verfügt über zahlreiche Ausstattungsdetails wie elektrische Fensterheber, Tagfahrlicht, ABS, ESP, Tempomat und vieles mehr. Das Schaltgetriebe des Benziners überträgt eine Leistung von 69 PS. Der angegebene Verbrauch liegt bei 5,5 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017